So, in dieser Aufgabe geht es darum, so eine Differenzialgleichung zu analysieren. Das ist die Differenzialgleichung y' ist dasselbe wie die E-Funktion von x-y. So, wenn man jetzt mal überlegt, was ist denn das für eine Differenzialgleichung, da sehen wir also y' und y taucht auf, das heißt, es ist eine Differenzialgleichung in erster Ordnung. Und wir haben hier das y in der E-Funktion drin. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so eine lineare, homogene oder irgendwie sowas Differenzialgleichung, sondern einfach nur eine gewöhnliche Differenzialgleichung in erster Ordnung. So, und es ist noch ein y0-Wert gegeben, das heißt, wir haben so ein Randwertproblem, nämlich y von 0 soll genau 1 sein. So, bestimmen Sie die Lösungsfunktion y, indem Sie die Variablen trennen. Das heißt, es gibt also eine Technik, die nennt sich Trennung der Variablen, wenn man versuchen möchte, solche Differenzialgleichungen zu lösen. Und genau darum geht es, dass wir in dieser Aufgabe einmal diese Technik Trennung der Variablen üben. So, also was muss man da tun? So, also man nimmt sich also diese Differenzialgleichung nachher, also y' ist dasselbe wie die Exponenzialfunktion von x-y. So, und die Idee ist, dass man erstmal das umschreibt zu dy durch dx, das heißt also ein y' wird dann zu dy durch dx, gleich Exponenzialfunktion von x-y. Und jetzt fängt man einfach an, das ist ein mathematisches Kochrezept. Die y und die x ist ja eigentlich, wenn man es so hinschreibt, eine Schreibweise, die analog ist zu y'. Das heißt, es ist eigentlich die Bedeutung dieselbe. Jetzt tut man aber so, als ob das eine andere Bedeutung hätte, nämlich, dass dy so eine Art Funktion ist über y und dx ist eine Funktion über x. Das heißt, man interpretiert diese Symbole plötzlich einfach anders. Und dann darf man auch folgendes tun, man darf dann plötzlich mal damit rumrechnen. Ich darf also zum Beispiel mal dx nehmen. Und dann kürze ich das hier weg und taucht auf der anderen Seite auf. Trennung der Variablen bedeutet jetzt, dass man versucht, diese Terme, Sie sehen ja, ich habe hier Terme mit y und ich habe Terme mit x, auf beiden Seiten, dass man die versucht zu trennen, sodass hier auf der einen Seite nur y auftaucht und auf der anderen Seite taucht nur x auf. Das versucht man auch. Und deswegen will ich mal hier anfangen und das dx bringe ich mal auf die andere Seite rüber und kriege also dy gleich Exponentialfunktion von x minus y mal dx. Jetzt bin ich schon ganz gut vorangekommen, weil ich sehe, hier habe ich nur noch y. Und hier habe ich alle x, die auftauchen, tauchen hier auf der rechten Seite auf. Es taucht aber noch dieses blöde y auf. Das müssen wir irgendwie loswerden. Ich habe ja so ein paar Rechenregeln im Kopf, insbesondere was die Exponentialfunktion angeht. Da steht ja einfach, das ist die Exponentialfunktion von x geteilt durch die Exponentialfunktion von y. Das weiß ich ja, weil ich meine e-Funktion so gut kenne. So, und dann ist ja auch klar, dass ich einfach mit der Exponentialfunktion von y multipliziere und dann steht ja plötzlich folgendes, dass dann die Exponentialfunktion von y mal dy dasselbe ist wie die Exponentialfunktion von x mal dx. Das ist schick, weil jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe die Variable getrennt. Alle y tauchen hier auf und alle x tauchen hier auf. Jetzt kommt quasi der eigentliche Sinn und Zweck dieser Übung. Wenn ich das getrennt habe, schreibe ich einfach mal das Integralsymbol davor und plötzlich macht das alles mir viel mehr Sinn als vorher. Denn jetzt ist es plötzlich eine Integralgleichung geworden. Und wenn Sie sich das so angucken, ist es aber ein unbestimmtes Integral. Das heißt, wir reden hier über Stammfunktionen. Die Stammfunktion von eoy ist dasselbe wie die Stammfunktion von eorix. Das steht ja quasi als Gleichung. Na gut, was haben wir gelernt? Was ist die Stammfunktion von eorix? Das ist einfach die Exponentialfunktion von y plus irgendeine Konstante, die ich jetzt mal c1 nenne. Und das muss dasselbe sein wie die Stammfunktion von eorix. Das ist also wieder eorix oder Exponentialfunktion von x plus eine andere Konstante, die ich sicherheitshalber einfach c2 nenne. So, jetzt habe ich eine Gleichung. Und ich habe eine Gleichung, die sieht so aus, Exponentialfunktion von y ist dasselbe wie Exponentialfunktion von x plus c. Wo kommt jetzt das c her? Ich habe einfach gesagt, c ist definiert als c2 minus c1. Das ist einfach eine neue Konstante. c1 und c2 kann man ja irgendwie wählen. Wichtig ist, damit diese Gleichung stimmt, ist, dass die Differenz zwischen c1 und c2 richtig ist. Und die Differenz nicht in der Stammfunktion. c ist dann nichts anderes als eine neue Konstante. So, jetzt habe ich also diese Gleichung. Die e-Funktion von y ist dasselbe wie die e-Funktion von x plus c. Na ja, dann wende ich nochmal den ln an. Und plötzlich steht da y. y ist dasselbe wie ln von der Exponentialfunktion von x plus c. Tadaa, so haben wir das. Jetzt haben wir eine Gleichung. Und diese Gleichung redet über die Funktion y. y ist also das da. Das haben wir jetzt also rausgekriegt durch die Trennung der Variablen. Die einzigen Funktionen, die in Frage kommen, diese Gleichung hier zu lösen, diese Differenzialgleichung zu lösen, sind diese Funktionen. ln von Exponentialfunktion von x plus irgendeine Konstante c, die ich mir im Prinzip aussuchen kann. Na ja, so aussuchen kann ich es mir auch nicht, weil in der Aufgabenstellung steht noch, ach ja, y von 0 soll 1 sein. Hm, okay, muss ich das noch irgendwie berücksichtigen? Ja, also y von 0 soll 1 sein. Dann folgt daraus, dass ln von Exponentialfunktion von x, ja, x ist aber jetzt 0, plus c, das soll 1 sein. Na ja, dann wende ich mal darauf, auf diese Gleichung komplett die E-Funktion wieder an. Das heißt, dann habe ich hier nur noch die Exponentialfunktion von 0. Auch die kann ich ja einfach ausrechnen. Die Exponentialfunktion von 0 ist natürlich 1, plus c muss dasselbe sein wie die Exponentialfunktion von 1. Ja, und das ist ja e. So, und jetzt habe ich also rausgekriegt, c ist nichts anderes als e-1. Das heißt, wenn ich, also diese Funktionen, die diese Differenzialgleichung erfüllen, können nur so aussehen. ln von Exponentialfunktion von x, plus c, c ist wählbar. Und wenn ich auch diese Randbedingung habe, y von 0 muss 1 sein, dann ist c nicht mehr wählbar, dann kann c nur e-1 sein. Alle anderen Werte kommen nicht in Frage. Ja, das heißt, die einzige Funktion, die das schafft, ist genau diese Funktion. Ja, also y von x ist dann also ln von Exponentialfunktion von x, plus, und dann einfach mal c, das ist jetzt e-1. Ja, und wenn man sich das angucken will, wie diese Funktion aussieht, dann ist das diese Funktion. Ich habe die mal mitgebracht. Ja, Sie sehen, hier ist es asymptotisch natürlich nichts anderes als die erste Hauptdiagonale, also die Identität. Warum ist das so? Weil dieses e-1 ist ja eine Konstante. Ja, und das e hoch x wächst ja sehr schnell an. Das heißt, diese Konstante, die ja ungefähr 1,71 ist, ja, die ist irgendwann relativ gesehen zu e hoch x irgendwie natürlich quasi gar nicht da. Und dann der ln ist ja die Umkehrfunktion von e hoch x. Also, das heißt, wenn man mal von diesen, wenn das x sehr groß ist, so ab 8, dann ist das einfach ein sehr großer Wert. Und der spielt kaum noch eine Rolle. Das heißt, es ist gefühlt natürlich irgendwie dann wie e hoch x und davon den ln. Und das ist nichts anderes als x. Ja, deswegen ist es ganz klar, dass ich asymptotisch wie hier die Funktion f von x durch x verhalten muss. Und hier, dass es eine Konstante ist, wo sich diese Funktion annähert, das ist auch klar, weil e hoch x, wenn x negativ wird, ins Minuslande wandert, dann geht das natürlich stark, sehr schnell gegen 0. Und dann ist das hier einfach eine Konstante, wovon wir dann noch den ln nehmen. Und dann ist es offensichtlich dieser Wert. So, also das heißt, und dazwischen ist irgendwo eine Stelle, wo es ein bisschen weich ineinander übergeht. Ja, also das ist die einzige Lösung für diese Differenzialgleichung. Und Sie sehen, die Trennung der Varianten ist so eine Art mathematisches Kochrezept. Ja, da muss man so ein bisschen all sein Wissen parat haben, was man so an Eigenschaften, die zum Beispiel der e-Funktion hat, um die beiden Varianten auf zwei verschiedene Seiten zu kriegen. Ja, das war hier das Ziel. Hier sind alle y's, hier sind alle x. Und wenn man das geschafft hat, dann darf man einfach daraus die Stammfunktion machen. Dann hat man eine gleiche über die Stammfunktion. Und dann ist man typischerweise irgendwie quasi fertig. Der Rest geht dann irgendwie von selbst. So, ich hoffe, das war hilfreich. Das war hilfreich.